Der Dennis-Kanal Ja, äh, ich habe mir vor geraumer Zeit eine weitere Motorjagd gekauft, die Geissini 5, wie heißt es. Das Problem ist jetzt aber, dass die Kacke nicht 15 Millionen, sondern 150 Millionen kostet. Tja, das kommt davon, wenn man einen besoffenen Kopf, dann kann man nicht richtig deuten tun. Wer leiht mir Geld? Auf auxmoney.de bitte ich allen Privatanlegern Zinsen in Höhe von 8 Prozent. Das glaubst du doch selber nicht, ey. Werd hier für dich selber Millionär, du Vollidiot. Erfüllen auch sie sich ihre Wünsche mit einem Kredit von privaten Anlegern auf auxmoney.de Ja, so, ne?